Hallo liebe Blockchains Family, mein Name ist Maximilian und ich begrüße euch heute zu einer weiteren Ausgabe des Blockchains Deep Talks. Unser Thema heute, Bitcoin, die Uhr der digitalen Welt. Fangen wir an. Bitcoin, die Uhr der digitalen Welt. Heute möchte ich mit euch über das Thema Bitcoin und die Zeit sprechen, beziehungsweise wieso ich die Meinung mit einigen Bitcoin-Enthusiasten teile, dass Bitcoin die Uhr der digitalen Welt ist. Vor allem stellen wir uns die Frage, welche Rolle die Zeit für Bitcoin und die Zukunft unserer digitalen Welt spielt. Was denkt ihr über dieses Thema? Eure Meinung interessiert mich hier sehr. Die Idee zu diesem erstmal abstrakten Thema entsprang aus dem Artikel von Gigi mit dem Namen Bitcoin ist Zeit. Diesen hat der Blocktrainer und sein Team freundlicherweise ins Deutsche übersetzt. Den Link werde ich euch in der Videobeschreibung beifügen. Bitcoin, die Bedeutung von Zeit und Energie für den Proof of Work. Ein altes Sprichwort besagt, Zeit ist Geld. Folglich ist Geld auch Zeit. Oder wie Gigi in seinem Artikel Bitcoin is Time schrieb, eine repräsentative Darstellung der kollektiven wirtschaftlichen Energie, die von der Menschheit gespeichert wird. Im Hinblick auf unser Geldsystem bedeutet das aber auch, wenn Zeit gleich Geld ist, Geld aber keine Zeit benötigt, um erzeugt zu werden, die Rechnung nicht mehr aufgeht. Vielmehr muss gutes Geld mit einem erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden sein. Denn auch, wenn Energie auf diesem Planeten immer einen Wert darstellen wird, ist doch anzunehmen, dass die zunehmend schnelle Entwicklung von Technologie den Preis für Energie zunehmend reduzieren wird. Sobald beispielsweise Energiequellen wie Solarstrom effizienter und kostengünstiger werden. Genau deshalb gewichtet die zeitliche Komponente beim Erzeugen von Knappheit bzw. Geld höher als die der dafür aufgewendeten Energie. Denn Zeit ist die einzige Ressource, von der wir nicht mehr schaffen können. Demnach hat Zeit auch einen größeren Wert als Geld, wie man beispielsweise in dem Film Time mit Justin Timberlake sieht. In der Welt, in der wir leben, investieren wir immer mehr Zeit für immer weniger Geld. Beziehungsweise verliert unser Geld mit fortlaufender Inflation zunehmend an Wert. Bedeutet, wir leben in einem inflationären System. Bei Bitcoin wird die Geschichte neu geschrieben und unterscheidet sich massiv von dem, was wir in unserer Welt in der letzten 5000 Jahre kennengelernt haben. Denn Bitcoin wirkt deflationär. Lasst uns dazu erst einmal erklären, was Deflation eigentlich bedeutet und weshalb sie weder gut noch schlecht ist. Deflation entsteht, wenn auf dem Markt mehr Güter und Dienstleistungen angeboten werden, als es Nachfrage, also Käufer gibt. Bei einer Deflation nimmt der Wert des Geldes zu. Das kann sich für Konsumenten positiv auswirken, solange die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht negativ sind und im Zuge dessen die Löhne und Gehälter nicht mitsenken. Da die Produktivität während einer Deflation sinkt und dies das Wirtschaftswachstum schwächt. An dieser Stelle verweise ich auch auf unseren ersten Deep Talk mit dem Thema Inflation und der Fragestellung, inwieweit Bitcoin Schutz vor der Inflation bietet. Aber zurück zu unserem Thema Bitcoin und die Zeit. Was haben Bitcoin, Zeit und Deflation miteinander zu tun? Dazu müssen wir im Folgenden erst einmal den Begriff Blockzeit klären. Also stellen wir uns die Frage, was ist die Blockzeit? Die Blockzeit ist die Durchschnittszeit, welche die Miner in einem Blockchain-Netzwerk benötigen und Transaktionen in einem Block zusammenzufassen und zu verifizieren. Die durchschnittliche Blockzeit beträgt bei Bitcoin ca. 10 Minuten. Je höher die Blockzeit, desto niedriger ist die Transaktionsgeschwindigkeit. Diese Zeit wird fortlaufend justiert, wie wir bereits in unserem letzten Deep Talk Mining beim Abschnitt Difficulty gelernt haben. Schauen wir jetzt auf unsere Kernaussage, Bitcoin, die Uhr der digitalen Welt. Um euch, meine lieben Zuschauer, diesen Zusammenhang besser erklären zu können, müssen wir ein wenig weiter ausholen. Wer sich für das Thema interessiert und sich näher damit befassen möchte, dem empfehle ich an dieser Stelle nochmal den Artikel von Gigi. Bitcoin is time. Um Informationen, beispielsweise Transaktionen, festhalten zu können, benötigen wir ein Register. Ein solches Register kennen wir zum Beispiel von unserem Konto. Dort wird durch das fortlaufende Buchen von Soll und Haben unser Guthaben fortlaufend aktualisiert. Dabei müssen wir einer zentralen Institution vertrauen, dass die Informationen, welche dort abgebildet sind, auch wahrheitsgemäß übertragen werden. Gleichzeitig wird eine Timeline benötigt, um jede Transaktion zeitlich ordnen zu können. Hier kommt die Zeit ins Spiel. Denn um zu verhindern, dass Beträge doppelt ausgegeben werden, muss exakt festgehalten werden, wann welche Transaktion ausgeführt wurde. Um es in den Worten von Leslie Lampard auszudrücken, das Konzept Zeit ist grundlegend für unsere Denkweise. Es leitet sich von dem grundlegenden Konzept der Reihenfolge ab, in der Ereignisse aufkommen. Genau hier fand Satoshi Nakamoto eine Lösung, in dem Bitcoin die Zeit neu erfand und sich auf Blöcke verständigte. So schrieb Satoshi Nakamoto im Bitcoin-Whitepaper 2009. In diesem Whitepaper schlagen wir eine Lösung für das Problem der Doppelausgabe vor, bei der ein verteilter Peer-to-Peer-Zeitstempelserver verwendet wird, um einen rechnerischen Beweis für die zeitliche Reihenfolge von Transaktionen zu erzeugen. Somit gibt die Timeline oder die aneinandergereihten Blöcke die kausale Beziehungen aller Transaktionen wieder. Und genau dort liegt der Grund, warum kryptografische Hash-Funktionen in Bezug auf die Zeitstemplung derart essentiell sind, um eine kausale Beziehung zwischen der Transaktion und dem Hash zu erzeugen. Dieser Prozess schafft eine Kette von völlig transparenten, unveränderbaren und vor Manipulation geschützten Ereignissen. Bitcoin, eine unveränderbare Geschichte. Die Basis der Unveränderbarkeit ist der Proof of Work. Aber was hat Unveränderbarkeit mit der Zeit zu tun? Und wieso ist eine Historie, die nicht manipuliert oder verändert werden kann, so wichtig? Ganz einfach. Bislang gab es keine Möglichkeit, eine Historie, beispielsweise unsere Geschichte, sicher vor Manipulation und Veränderung aufzuzeichnen. Denn wie wir bereits gelernt haben, ist es unglaublich schwer und ressourcenintensiv, eine Transaktion im Bitcoin-Netzwerk zu verändern, sobald sie durch den Proof of Work einmal gesichert wurde. Geschichte ist demnach auch nichts anderes als vergangene Zeit. Und die Ereignisse der Vergangenheit bilden den Grundstein für die Ereignisse in der Zukunft. So kann man auch sagen, dass Bitcoin die Ereignisse der Vergangenheit sicher vor Manipulationen speichert. Und diese Vergangenheit auch Einfluss auf die Zukunft hat. In Bezug auf die Geschichte wissen wir, dass die mündliche Weitergabe von Informationen extrem fehleranfällig ist. Auch Bücher oder Schriften können leicht manipuliert werden oder verfälscht werden. Im schlimmsten Fall gehen diese sogar verloren. Das Bitcoin-Netzwerk könnte problemlos einem Atomschlag standhalten und würde über alternative Knoten weiter funktionieren. Theoretisch ist es sogar möglich, Bitcoin-Transaktionen über Funkwellen auszuführen. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Unveränderbarkeit. Um es mit den Worten von Antonopoulos zu sagen, nichts ist so veränderbar wie Bitcoin. Bitcoin definiert zum jetzigen Zeitpunkt das Ende dieser Skala. Es hat den Begriff unveränderbar neu definiert. Wenn wir an Unveränderbarkeit denken, denken wir in der Regel an Bitcoin und die Blockchain. Warum unveränderbar? Die Blockchain von Bitcoin ist unveränderbar, da jeder Block vom vorherigen Block abhängig ist. Wodurch eine unveränderbare Kette von Blöcken entsteht. Würde man versuchen, diese Kette zu verändern, würde dieser Versuch anderen Netzwerkteilnehmern auffallen. Und dieses Fehlverhalten würde bestraft werden. Allerdings ist diese Annahme falsch. Denn die Blockchain selbst sorgt lediglich dafür, dass nichts verändert werden kann. Dieser Prozess wird auch manipulationsoffensichtlich genannt und beschreibt den Zustand, dass etwas nicht verändert werden kann, ohne dass es ein anderer Netzwerkteilnehmer bemerkt. Oder ein Hinweis auf diese Veränderung hinterlässt. Im weiteren Verlauf der Zeit wird Bitcoin also nur sicherer, weil eine Blockchain, wie wir bereits gelernt haben, umso sicherer wird, umso länger die Blockkette wird. Demnach spielt der Faktor Zeit auch hier eine wichtige Rolle. Aber was macht Bitcoin unveränderbar? Was Bitcoin wirklich unveränderlich macht, ist der Proof of Work. Der Proof of Work erfüllt den Zweck der Sicherheit, wie wir im letzten Deep Talk zum Thema Mining gelernt haben. Dieser Konsensmechanismus validiert neue Transaktionen und stellt sicher, dass neue Blöcke entsprechend dieser Konsensregeln der Blockchain hinzufügt. Um diesen Konsens herzustellen, bedarf es Hardware, Software, aber vor allem Energie, Geld und Zeit. All dieser Aufwand wird betrieben, um ein Register in Bezug auf Ordnung und Zeit zu erstellen. Leslie Lampard beschreibt dies in seinem Aufsatz mit folgenden Worten. Das Konzept der Zeit ist grundlegend für unsere Denkweise. Es leitet sich von dem grundlegenden Konzept der Reihenfolge ab, in der Ereignisse auftreten. Auf Bitcoin bezogen bedeutet das, dass ein Register ein System benötigt, um alle Transaktionen im Hinblick auf die zeitliche Komponente zu ordnen. Denn damit sich das System vor Double Spending schützen kann, muss es immer wissen, wann eine Transaktion getätigt worden ist, um diese Ordnung herstellen zu können. Aber wie löst Bitcoin dieses Problem der Ordnung und Reihenfolge? Die Lösung bei Bitcoin heißt Blockzeit und schafft auf diese Weise seine eigene Uhr. Wir gehen noch weiter und behaupten, Bitcoin ist eine dezentrale Uhr. Oder um es in den Worten von Satoshi Nakamoto zu sagen, in diesem Papier schlagen wir eine Lösung für das Problem der Doppelausgabe vor, bei der ein verteilter Peer-to-Peer-Zeitstempel-Server verwendet wird, um eine Reihenfolge von Transaktionen zu sichern. Jetzt, meine lieben Zustauer, wird es etwas knifflig. Um das Thema Bitcoin und die Zeit zu verstehen, lasst uns kurz in die Physik abdriften und uns den Begriff der Kausalität ansehen. Kausalität beschreibt die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Somit wird innerhalb der Blockkette, Blockchain, eine Folge der Ereignisse geschaffen und kausal miteinander verknüpft. An dieser Stelle wird die Rolle einer kryptografischen Hash-Funktion deutlich, da es unmöglich ist, einen gültigen Hash zu erzeugen, ohne das Dokument vorliegen zu haben. Warum ist das so? Der Grund dafür ist die kausale Beziehung zwischen dem Dokument und dem zu erzeugenden Hash. So wird die Reihenfolge aus den vorhandenen Daten, also dem Dokument und dem darauffolgenden Hash erzeugen. Satoshi Nakamoto schrieb 2009, wir brauchen ein System, mit dem sich die Teilnehmer auf eine einzige Historie einigen können. Die von uns vorgeschnangene Lösung setzt bei einem Zeitstempel-Server an. Erst durch dieses Konzept wird es möglich, die Komponenten der Zeit in einem bisher zeitlosem Raum, dem Cyberspace, in Form eines Zeitstempels hinzuzufügen. Nun, meine lieben Zustaurer, würde ich euch gerne die Frage beantworten, warum ich meine, dass Bitcoin den Menschen Zeit schenkt. Zu Beginn habe ich darüber gesprochen, dass Geld gleich Zeit ist. Wir wissen auch, dass Zeit die wohl wertvollste Ressource des Menschen ist. Denn von der Zeit kann man nicht mehr schaffen, noch weiß man, wann diese abgelaufen ist. Das aktuelle System zwingt uns dazu, immer mehr Arbeit, also Zeit zu investieren, für Geld, das zunehmend an Wert verliert und die Funktion des Wertspeichers keineswegs mehr erfüllt. Dies liegt, wie bereits erwähnt, daran, dass wir in einem inflationären System leben. In dem Inflation billigend hingenommen wird, aber heute nicht mehr ausreichend bekämpft werden kann. Die Folge der Inflation ist, dass unser Geld, für welches wir hart arbeiten und viel unserer Lebenszeit investieren, zunehmend an Wert, also an Kaufkraft verliert. Diese Spirale zieht uns in einen Strudel. Am Ende bleibt leider selten genug Zeit für die Familie, Freunde oder Leidenschaften. Man könnte fast meinen, dass das Leben zunehmend mehr auf der Strecke bleibt. Umso schneller die technologische Entwicklung voranschreitet. Auch wenn der Switch auf ein derart neues, deflationäres System ebenfalls Zeit bräuchte, um sein gesamtes Potenzial entfalten zu können. Und ja, kurzfristig würde dies auch zu erheblichen Verwerfungen führen. Aber am Ende würde das Geld den Menschen dienen. Geld, welches von der staatlichen Kontrolle getrennt wurde. Eine Welt, in der man Werte über lange Zeiträume sicher vor Manipulation und Inflation schützen, aufbewahren und weitergeben kann. Eine Welt, in der wir Arbeit neu verteilen. Zum Wohle unserer Work-Life-Balance. Eine Welt, in der wir vielleicht nur noch 20 Stunden in der Woche arbeiten, nahe an einer Vollbeschäftigung leben und uns fast alles leisten können. Meiner Meinung nach ist dies eine schöne Vorstellung, welche bislang für unmöglich gehalten wurde, da es keine Alternative gab. Heute haben wir eine Alternative, die dient der breiten Masse bzw. jedem Menschen und nicht nur einer reichen Minderheit. Auch wenn ein deflationäres System wie Bitcoin nicht frei von Fehlern ist, ist es unterm Strich eine enorme Verbesserung gegenüber bestehenden Systemen. Es ist auch durchaus möglich, wenn nicht gar wünschenswert, dass Fiat-Währungen und Bitcoin koexistieren, um aus beiden Welten das Beste herauszuholen. Wenn man nun davon ausgeht, dass wir in einer Welt leben, in der der Wert des eigenen Geldes zunehmend steigt, Preise tendenziell eher fallen als steigen, können wir wieder den Dingen nachgehen, die uns wirklich glücklich stimmen. Sei es die Familie, die Freunde oder die eigenen Leidenschaften. Es zählt wieder das Miteinander und nicht nur das individualisierte Ich. Ein weiterer positiver Effekt für unsere Zukunft ist, dass wir unser Konsumverhalten entscheidend hinterfragen und überdenken würden, wenn wir wissen, dass unser Geld morgen mehr wert sein wird, als es heute war. Dies zwingt in der Folge auch Unternehmen, sich dieser neuen Situation anzupassen und Produkte anzubieten, die einen wirklichen Nutzen oder Mehrwert für den Konsumenten bringen. Andernfalls wird das Geld einfach gespart und für den Konsum in der Zukunft zurückgehalten. In einer Zeit, in der das Vertrauen in Regierungen zunehmend erodiert, werden die Rufe nach einer Alternative lauter. Diese vertrauenswürdige Alternative existiert schon heute. Sie heißt Bitcoin. Meiner Meinung nach ist Bitcoin eine der größten, wenn nicht gar die größte Erfindung unserer modernen Zeit. Die Frage, die wir uns stellen müssen ist, wem möchtest du vertrauen und wem schenkst du deine Zeit? Das, meine lieben Zuschauer, war der Blockchain-Steep-Talk für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und freue mich schon nächste Woche wieder für euch da zu sein. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu hinterlassen, falls euch dieser Beitrag gefallen hat. Vielen Dank und lang lebe die Blockchain!